Hi! Wenn deine Frau will, dass du das Bad putzt, mach dir keine Sorgen, ich werde dir hier ein Leihwerk zeigen, wie du einen russischen Roboter baust, der dir dein Bad putzt. Mit ganz einfachen Mitteln. Du brauchst so eine Bürste für den Boden, eine Heißklebepistole, ein paar Batterien, diesen Elektromotor, den du kaufen kannst in meiner Videobeschreibung, eine Schere, ein Feuerzeug, eine Schraube und vielleicht ein paar Kabel. Klebe nun den Elektromotor mit dem Heißkleber an die Bürste. Der Motor muss so sitzen, dass er ein Stück über die Bürste herausschaut. Nun nimmst du eine Schraube und klemmst die Schraube mit Heißklebepistole an die Welle von dem Motor. Um den Motor zu betreiben, brauchen wir Batterien. Am einfachsten ist es, wenn du aus einer alten Fernbedienung oder einem Spielzeugauto die Batterienhalterung ausbaust oder dir eine für ein paar Cent aus meiner Videobeschreibung kaufst. Jetzt wir haben zwei Kabel. Rot ist Plus, schwarz ist Minus. Nimm ein Feuerzeug, um den Kabel abzuisolieren, damit der Draht herauskommt. Keine Angst, das Plastik schmilzt und du hast nach zwei Sekunden mit den Fingern das weiße Plastik vom Kabel abziehen. Verbinde dann das schwarze Kabel mit der Seite vom Motor und es ist egal, ob du links oder rechts anstehst. Achte darauf, dass der Draht auf dem kleinen Anschluss vom Motor liegt. Wenn du den Motor an- und ausschalten möchtest, solltest du noch einen Schalter aus meiner Videobeschreibung kaufen. Schneide jetzt das rote Kabel ab von der Batterie, etwa bei die Hälfte. Entferne wieder das Plastik von dem Draht, damit du eine saubere Verbindung zu dem Schalter bekommst. Der Schalter hat nur zwei Anschlüsse, du kannst nichts falsch machen. Drahte das Kabel an den Schalter und fixiere es mit etwas Kleber. Nimm nun das vorher abgeschnittene rote Kabel von der Batterie und verbinde es zwischen dem Schalter und dem Motor. Pass auf, dass der Schalter auf Aus steht. Setze nun die Batterie hinein. Wenn du alles richtig gemacht hast, wird der Roboter gleich bereit sein. Falls er nicht anspringt, kontrolliere deine Kontakte. Schalte jetzt den Roboter rein. Der Roboter wird jetzt den ganzen Raum von oben bis unten reinigen. Von nun an müssen wir nie wieder das Bad schrubben. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.